Yo, yo! Ich habe hier eine Special Übung für die Brust und für den Trizeps. Für die, die das hässlich finden, wenn die so eng packen müssen, also die langen Hand packen müssen, das leben wir unangenehm. Und für die, die keinen Bock haben mit Kurzhanteln, die Übung auszuführen, weil da muss man sich mehr konzentrieren, die Kurzhanteln festzuhalten, als dass man sich auf die Brust konzentrieren kann. Also hier spanne ich ordentlich an, jetzt so leicht schlimm, ich glaube jetzt auch hier in den Bereich reingeht. So, mit Handschuhen, weil der Durchmesser von dem Griff hier ein bisschen hässlich ist. Yo, also mit dieser Hand hier, ne, werdet ihr jetzt hier bestimmt finden, im Fitnessstudio oder wo auch immer ihr seid. Hoffe ich mal, dass es hier kein Fail geht. Meine Brust ist schon durch. Ich habe ein bisschen zu viel Gewicht gewählt. Wie viel sind hier drauf? 80 Kilo. Nehme ich mal ein bisschen weniger. Ich habe ja schon meine Brust trainiert. Jo.